Ich komm hier nicht durch. Ich darf da gar nicht rein. Toll! Ja, genau, Alex. Ich wollte die Tür öffnen und drücke den Knopf. Ich bin auch sehr ehrlich, ey. Ah, gut, das hat's jetzt nicht gebracht. Ich hatte einfach gehofft, vielleicht Energie. Die gibt's aber vielleicht da. Mal kurz reingucken. Ich will's wissen, ich bin neugierig, was es hier gibt. Ich bin neugierig. Ja, wahrscheinlich ist hier gar nichts Tolles, was hier schon kommt. Und ich vergeudere meine ganze Zeit. Irgendwann hin. Oh, danke. Man! Fuck you. Echt. Ah, na gut. Bisschen besser geht's mir jetzt schon als vorher. Hm, na gut. Aber das war die Zeit eigentlich nicht wert, ne? Dieser lange Weg für... Bisschen Magnum und die Energiekiste halt. Zumindest kommen die Gegner hier nicht wieder. Okay, raus. So, dann jetzt links halten. Also von der Struktur der Räume her ist es schon sehr ähnlich wie im Hauptspiel. Ein paar Räume sind halt anders und so. Aber, ich sag mal, die Hauptschauplätze sind da. Und das gefällt mir das. Oh, Mann! Ich dachte, ich komm da so durch. Fuck. Fuck! Ja, ich sollte nicht so viel denken. Lieber auf Nummer sicher alles töten. Okay. Gott, lass mal die. Weg, 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 weg. Nein. So, ich geh jetzt erstmal unten lang, oder? Ne, ich geh erst oben. Weil Nemesis ja wieder da ist. Und so verpasse ich ihn vielleicht. Aber ich werde gleich sterben, das weiß ich. Weil gleich kommen diese blöden Hunde wieder in diesem Gang und die anderen Zombies erhakt waren. Weg, stirb, 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 stirb. Schön, dass er sich da oben festpackt. Mann, verreck! So, jetzt kommt dieses scheiß Viech mit dem langen Arm. Glaube ich. Und raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Ich sehe nichts. Gar nicht erst weiter umgucken in dem Raum. So, der erste Schlüssel ist unser. Nein! Ach, was machst du denn? Ah, die Lenkung, ne? Shit. Ach, das war jetzt sehr ärgerlich. Das hätte echt nicht nötig getan. Ich hätte ihn normalerweise erwischt. Aber dieses mit dem Schultertasten nach links und rechts lenken ist halt so ungewohnt bei Resident Evil. Detektiv. Level S. Ist hier was? Eigentlich nicht. Instruktion A. Oh Gott, da kommt er. All Personel... Ja, 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 ja. Lass ihn einfach. Bam. Da müssten aber eigentlich noch zwei Zombies drin sein. Die ich nicht gekillt habe. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach nach rechts gehe. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Zumindest war da ein grüner Pfeil. Komm, wir gehen mal hier lang. Vielleicht ist der Weg ja besser. Weiß ich nicht. Wir können es sehen. Auf jeden Fall laufen wir jetzt schon mal vor einem Nemesis weg. Was ja eigentlich schon mal nicht schlecht ist. Toll, ich soll da lang. Fuck. Ja, ich glaube, das ist nicht gut, was ich gerade mache. Weil ich den zweiten Schlüssel ja noch nicht habe. Ja. Oh. Doors lockt. Ja, ist klar. Aber ich habe eine Waffe. Und los. Ja, ich wusste nicht mehr, dass es der einzige Weg ist hier runter. Scheiße, ich dachte, das wäre vielleicht eine Abkürzung. Dann ist das ein bisschen doof gemacht mit den Pfeilen. Dass die halt nicht immer nur in die richtige Richtung zeigen. Sondern da, wo man halt irgendwann auch mal hin muss. Okay, raus hier. Und jetzt aber sind die Treppe runter. Und hoffen, dass ein Nemesis nicht mehr in der Nähe ist. Spinne. Raus hier. Sehr schön. Das klappt. Also man hat schon so ein bisschen Panik. Was natürlich hauptsächlich durch die Waffe... Toll. Durch die Waffe kommt. Äh, durch die... Musik. Durch die Waffe. Das war jetzt gerade wieder so ein Moment, wo ich denke, ja. Arschlecken. Echt. Da konnte ich nichts dran machen. Ja, danke auch, ihr Arschlecher. Jetzt schenken sie einem Energie, ne. Gerade eben verreckt. Es ist gemein. Es ist so gemein. Na gut. So, Schlüssel holen. Ich turnt hier noch ein Hunter rum? Wie war das? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Oder wandernst du die normalen Viecher? Diese mit dem langen Arm da. Ein Hammer. Okay, der ist tot. Nein, ich hab mich nur ledig. Wir waren tot. So. Okay, jetzt den Weg doch wieder zurück. Und dann muss ich da halten, wo ich eben schon mit dem Fahrstuhl runtergefahren bin. Das wird allerdings jetzt knapp. Weil jetzt ist Nemesis mit Sicherheit hier irgendwo auf dem Weg. Da, la. Jetzt kommt gleich wieder dieser Scheißraum. Erst noch der eine Gang und dann wieder der Scheißraum mit den zig Zombies. Auf engstem Raum. Raus hier. Ich denke, das war okay. Jetzt müsste der Raum kommen, wenn ich meine. Raus. Okay. So, jetzt die Treppe hoch. Und dann sind wir eigentlich fast da. Der steht jetzt da oben links bestimmt an der Tür. Raus, raus, raus. Okay. Steve schlägt sich mit den Spinnen rum. Übrigens, sein Stöhngeräusch passt überhaupt nicht zu seiner Synchro eigentlich. Ach. Und so raus, genau. Dann haben wir es ja gleich. Ich überlege gerade, behalte ich die Strohfrinze? Ne, ich nehme, glaube ich, lieber Maschinen über, wenn eins da sein sollte. Und jetzt schnell durch die Tür. Okay, so. Jetzt müssen wir, wie hieß der eigentlich noch? Ist das Alexander? Ich glaube, Alexander ist das, ne? Den müssen wir, glaube ich, umbringen. Was ist das? Steve Dunkel. Hey. Ich hab dich doch gerade... Ey, wie oft soll ich hier noch ab? Hallo! Du Arschloch. Das ist nicht wahr. Ey, das regt mich jetzt so auf. Ja, gib mir die scheiß Schrot bitte. Echt. So ein Arsch. Noch. Jetzt stehe ich genauso blöd da wie das letzte Mal eigentlich. Ey, Steve, du... Ey, du rennst mir auch immer vor die Fresse. Ist da eigentlich was? Nee. Steve ist schon wieder tot, ne? Weil er sich von dieser blöden grünen Wolka treffen lassen. Nee, ist nicht tot. Ich geh doch mal aus der Linse. Ja. Immerhin. Ja, das war jetzt ziemlich schlecht, weil ich auch wieder verreckt bin. Aber ärgerlich. Zweimal. Zweimal in dieser Stage verreckt. Krieg ich bestimmt ein E oder ein F. Wenn es überhaupt ein F gibt, weiß ich nicht. Das war jetzt gerade echt gemein, weil dieses Scheißviech da wieder einen erwischt hat. Habe ich jetzt noch ein Leben? Ich glaube, eins habe ich noch. Obwohl nicht. Drei habe ich gebraucht, ne? Scheiße. Ich würde es natürlich jetzt gerne schon schaffen. Ansonsten muss es halt leider noch ein drittes Mal sein. Es tut mir ja leid. Aber ich möchte es auf jeden Fall gerne packen. Ach, jetzt kam Nemesis. Genau. Also laufen ist es. Fire. Nemesis is coming. So einfach flüchten, ne? Und nicht zu viel Zeit lassen, weil hinter uns Viecher sind. Und da ist ein Hund. So. Den nehmen wir mit. Danke. So, Energie haben wir. Gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade voll ist, aber wir haben den. Nicht nach hinten gucken. Oh, gut. Und nicht umdrehen. Bloß nicht umdrehen. Einfach durchkommen. Ah, fuck. Durch. So, jetzt ist rechts ein Zombie. Das darf ich nicht vergessen. Rechts von mir steht ein Zombie. Den muss ich töten. So, jetzt hat er nichts versteckt. Fuck. Nein! Och, das ist doch... Nur weil der da auf einmal rumblinkt, der Idiot. Ja, Game Over. Arschloch. Ah. Das ist jetzt sauärgerlich. Aber nein, ich mach das nochmal. Da kenn ich nix. Ja, machen wir nochmal. Ich will das schaffen. Ohne Scheiß. Okay, das möchte ich... Wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit zum Aufnehmen, weil ich muss nachher noch weg. Beziehungsweise ist weg. Ich will das Nordderby gucken. Das ist ganz wichtig. Aber, ähm... Let's go. Ja, let's go. Das schaffen wir jetzt. Komm. Ich hab grad gelesen, Claire soll 19 sein. Nee, ne? Sie kam mir schon ein bisschen älter vor. Na gut. Okay. Wir kriegen das hin. Möglichst wenig sterben, ist die Devise. Und grad die erste hier, die könnten wir eigentlich auch wirklich ohne irgendwelche... Ähm... Ja, Komplikationen schaffen und ohne getroffen zu werden. Möglich ist das. So, und raus. Wir müssen ja nicht alle Gegner töten. Hat ja keiner verlangt, ne? Doch, ne? Einfach durch. Also, im ersten Bereich sterben, das wär richtig traurig eigentlich. Das darf nicht passieren. Den hab ich jetzt fast vergessen. Verreckt, du Ars. So. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt kommt Nemesis sowieso. Kann das sein? Weil Pol war bei der Zeit definitiv noch nicht abgelaufen. Und trotzdem... kam er. Äh, nein. Da raus. Beziehungsweise da rein. Das ist ja ein Gebäude. Aber die... Obwohl ich mir jetzt die Waffe... Na gut, ich kann mir die Waffe ruhig holen. Weil, äh... Ich hab jetzt ja eh schon... Das Maschinengewehr eben benutzt. Also den Handgun-Bonus krieg ich nicht. Drück die Kiste, genau. Steve, ey. Steve! So ein Penner. So. Äh. Der hätte, der mich jetzt gebissen hätte. Da rein. Ich weiß, ich muss das nicht tun. Du musst das nicht tun. Der übliche Satz in solchen Filmen. Ah. Du musst das nicht tun. Nein, aber... Tension. Jawohl. Okay, geschafft. So, da stand was von 43 Sekunden. Ich guck jetzt mal eben, was nach dieser... Türsequenz da oben für die Zahl steht. Ob das jetzt tatsächlich mitzählt? Zehn Sekunden verloren durch die Türsequenz, ne? Krass. Ich wurde bisher noch nicht getroffen. Die Betonung liegt auf bisher. Und? Kommt Nemesis? Okay, ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. So, und jetzt... ...darf ich natürlich bei der Spinne nicht getroffen werden. Aber ich glaub, das... Naja, das wird next. Die wird mich mit Sicherheit einmal erwischen. Ich schaff's. Level S. Und? Ich schaff's. Ich schaff's.